hallo und herzlich willkommen in der nächsten aufnahme gerade ich glaube wir wurden entdeckt ich gehe mal wieder zurück die nebengeräusche kennt man ja gar nicht ganzen leute ab zu abbrennen oh ja 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 da wurden wir einfach mal vom krokodil hochgenommen ich fasse es nicht oh alter wieder diese schritte vom krokodil heftig und echt aufpassen ja jetzt kann noch was sehen glaube ich das gehört so muss ich aufpassen bevor es man hört ja so viele schritte und so weiter pipapo so oh man ich glaube das war unsere letzte nacht gerade hier 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 noch hier 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 ist hier 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 ist das das ist ein bisschen kompliziert oh scheiße ich glaube es ist scheiße wir wollen sehen was ist weg hier ich dachte da wäre jetzt eine hülle ich würde es sinn machen hier so ein bett hin zu bauen um zu speichern ich darf manchmal zum haus hin oh nein wir wurden gesehen wir wurden gesehen scheiße schnell ins haus wir wurden gesehen oh man ach genau ein eingeborene doch zumindest mit doch die rennerei da habe ich halt noch mitgenommen und Okay. Man sieht überhaupt nichts. Man kann auch nachts nicht mehr schlafen. Das fand ich immer so geil sonst. Ich weiß nicht, ob das so ein Bug ist. Oh, kommen wir nicht hoch. Hehe. Doch, wir kommen überall hoch. Okay, wir sind gleich da. Da ist mir das noch zu heiß, weil nachts ist es ein bisschen anders. Aha. Warte, möchte ich hier nochmal speichern. Dann bauen wir uns am besten. Hm? So, die haben jetzt ein bisschen durchgebraten. Hm. Die waren sehr lecker. Das heißt, wir müssen dann immer ziemlich lange warten. Aber naja. Gut. So, jetzt brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr. Hm, lecker. Ich will doch jetzt mal tatsächlich auf die Suche nach dem Katana gehen. Weil wenn wir es haben, da haben wir es. Alles gut. Wir versuchen das immer diese Folge noch zu machen. Und die Axt. Ich weiß ja nicht, wo die Axt jetzt verblieben ist. Die ist irgendwie weg. Die haben sich woanders, glaube ich, hingesetzt. Ganz woanders. Ich weiß auch nicht, warum. Wo? Ich muss mir selber gucken, wo ich hin muss. Oh. Einmal. Am entscheiden, wir müssen mal starten. Ich weiß nicht, weil es wird hier jedes Mal, was verändert. Und du kannst nicht sagen, ja, da ist jetzt Katana. Oh, hier ist noch einer. Neue haben wir jetzt. Oh, halbwege Rüstung haben wir jetzt schon. Ach, ich weiß, wo wir sind. Ich weiß, wo wir sind. Was für Geräusche? Ach, die Enten! Ach so! Nein, in der Fresse. Ja, aber wo haben die denn die Feuerachs hingepackt? Das ist doch die schwer geworden bei Forrest. Warte, weil... Ich hab mir beim Schnelles getan. Ah, das müsste auch... Oh! Ist der irgendwo auf der Seite liegen? Meine ich zumindest. Wenn wir das gefunden haben, dann ist es auch alles hier safe. Fast safe. Was denn? Das war doch hier auch irgendwo in der Nähe. Hä? Was ist eigentlich gleich kommen? Wie ist hier so ein Weg gebaut? Wo ist das Katana denn hin? Ja, die haben das alles verbaut. Äh... Schoben. Neu. Das ist mir ja ein Ding. Kann man sich jetzt mal suchen. Wie ist das denn hingemacht? Vielleicht bin ich zu weit gelaufen. Kann das sein? Hm. Hä? 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 Ist das Zelt? Ah! Was nehmen wir mit? Das müsste doch irgendwo sein. Stickies hab ich genug. Boah, ich muss erst mal gucken. Kann das sein, dass hinter dem Hügel hier ist. Ach! Ja, ja. Ach! Ja, ja. Ach! 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 Ich hoffe, die kommen jetzt nicht hinterher. Nee, kommen sie nicht. Alter. War sein Glück. War sein Glück. Ohne Witz, Leute. Also, wo haben die das Kartan hingelegt? Ich hab das sonst mal so easy gefunden. Das ist ja komplett versteckt. Oh, Mann. Ist mir echt ein Rätsel. Das ist mir jetzt echt ein Rätsel mit dem Kartan. Tut mir leid. Wo ist das denn? Stehe ich nicht. Also, warte mal. Warte mal. Wie so ein kleines Cannibale dort. Ist ja alles gut und schön. Hä? Und dann die Beine, die dort. Schauen wir mal neu mit den Fliegen hier. Sobald man die so sehen kann. Das ist ziemlich neu. Kann man behaupten. Ja, aber wo ist... Alter. So, wir haben jetzt komplett eine volle Bedrüstung. Ich muss mal einen kurzen hoch. Ich muss nur den Überblick verschaffen. Ja, aber ich... Ich verstehe mich. Jetzt mal, wenn ich jetzt von dem Punkt los auf mich... Ich habe doch gemacht, so. Ich meine, ich bin von dem Punkt hier losgelaufen. Dann... In die Richtung. Weil es kann ja nicht sein, dass ich ja noch mal das Katana verlegt habe. Kann ja nicht sein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich glaube, das schaffen wir diese Aufnahme nicht mehr. Das machen wir in der nächsten Aufnahme. Wie gesagt, ich bedanke... ...mich fürs Zuschauen. Wenn ihr euch gefallen habt, könnt ihr es ja mit einem Daumen hoch machen. Wir sehen uns auf der nächsten Aufnahme. Sagen wir mal ciao.